In der Lektion 138 werden wir daran erinnert, dass der Himmel die Entscheidung ist, die ich treffen muss. Diese Lektion kann dir eine enorme Hilfestellung sein, wenn du sie anwendest. Diese Lektion hat die Qualität, dich sofort aus deinen Geschichten, die du gemacht hast, herauszuholen. Aus all deinen Problemen, aus all deinen Sorgen, aus all deinen Krankheiten und Unglücken, die du dir manifest gemacht hast. Wenn du diese Lektion anwendest, musst du nicht mehr entscheiden zwischen links und rechts, sondern du entscheidest dich immer für die Vertikale. Du musst dir keine Gedanken mehr machen, ob du in der Vergangenheit einen Fehler gemacht hast und dadurch eine sichere Zukunft gestalten kannst, oder eine falsche Zukunft, oder du musst dem Ego nicht mehr glauben, was es dir alles erzählt. Der Himmel ist die Entscheidung, die wir treffen müssen. Also die Vertikale und nicht mehr die Horizontale, das heißt die Zeit. Wir wollen uns aufrichten in den Himmel. Schau, wann, irgendwann kam ich mal an den Punkt, mich hinzusetzen nach all den Büchern, die ich gelesen habe, nach all den Studien, nach all dem, was ich da so für mich zurechtgezimmert habe, nach all der Spiritualität, um die ich mich bemüht habe und nach all dem, nach all der Angst, in der ich mich immer noch befand. Ich wusste ziemlich sicher, dass ich auf das Universum oder auf Gott vertrauen kann. Das wusste ich. Und ich wusste auch irgendwann, dass das Glück, nach dem ich suche, dass dies eine Entscheidung ist. Ich muss mich irgendwann für das Glück entscheiden oder für glückliche Gedanken. Ich muss mich für die Gedanken des Himmels entscheiden. Ich muss mich für die Liebe entscheiden. Und dieses hat mich dann getragen und das hat mir den Kurs auch erleichtert. Denn er ermuntert uns ständig, uns zu entscheiden. Und noch einmal, das Ego möchte nicht, dass du bemerkst, dass du eine Wahlmöglichkeit hast, dass du dich wirklich hinsetzen kannst und dir sagen kannst, hey, ich entscheide mich jetzt für Gott, für den Himmel, für die Liebe, für das Licht. Und jedes Mal, wenn du das tust, wirst du dich nicht mehr im Kreise drehen können mit deinen eigenen Ideen und Konzepten. In dieser Welt ist der Himmel eine Wahl, weil wir hier glauben, es gäbe Alternativen, zwischen denen wir wählen können. Wir meinen, alle Dinge hätten ein Gegenteil und was wir wollen, wählen wir. Wenn der Himmel existiert, muss es auch die Hölle geben. Denn Widerspruch ist die Art und Weise, wie wir das machen, was wir wahrnehmen und wovon wir denken, es sei wirklich. Die Schöpfung kennt kein Gegenteil. Und das ist die zentrale Aussage. Der Kurs in Wundern ist eine rein non-duale Lehre, ohne Gegenteil. Also alle unsere Gedanken, Konzepte und Ideen, ja, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wer das Licht sucht, muss auch Schatten wahr machen. Das sind alles duale Konzepte. Wer das Glück sucht, muss auch Unglück erfahren. Und wer den Frieden sucht, muss auch den Krieg wahr machen. Das sind duale Konzepte. Der Kurs in Wundern, noch einmal, ist eine rein non-duale Lehre. Licht ohne Schatten. Und hier ist nochmals die Idee, hier wird er nochmals an die Hand gegeben, den Schatten, der Schatten ist das, was wir machen. Und innerhalb des Schattens gibt es Dualität. Aber Gott ist ohne Schatten. Der Himmel ist ohne Schatten. Die Liebe, das Licht Gottes ist ohne Schatten. Ohne Gegenteil. Doch hier gehört der Gegensatz zum Wirklichsein. Gerade diese merkwürdigen Wahrnehmung der Wahrheit lässt die Wahl des Himmels als das Gleiche erscheinen wie das Aufgeben der Hölle. Es ist nicht wirklich so. Was aber in der Schöpfung Gottes wahr ist, kann hier so lange keinen Einlass finden, bis es in irgendeiner Form sich spiegelt, die die Welt verstehen kann. Die Wahrheit kann nicht dorthin kommen, wo sie nur mit Angst wahrgenommen werden kann. Denn dies wäre der Irrtum. Die Wahrheit lasse sich den Illusionen überbringen. Widerstand macht die Wahrheit unwillkommen und sie kann nicht kommen. Wenn wir dem Drehbuch ein Nein geben, ich will das nicht, sage ich der Wahrheit, dem Himmel, dem Licht, du bist nicht willkommen. Wir sind ständig aufgefordert, vergebend auf die Situation zu schauen, uns ständig für den Himmel zu entscheiden. Du musst daran erinnert werden, dass du glaubst, du säest dich tausenden von Wahlmöglichkeiten gegenüber, wo eigentlich nur eine einzige Wahl zu treffen ist. Was für eine wunderbare Erinnerung. Wir glauben, wir hätten hier tausende von Ideen und Konzepten und Wahlmöglichkeiten. Ja, soll ich dieses tun oder jenes tun? Wenn ich dieses tue, was wird mir dann passieren? Und wenn ich das tue, vielleicht ist da ein Fallstrick, den ich noch nicht bedacht habe. Und das, was mir geschehen ist, hätte ich anders tun können und so weiter und so fort. Welch ein Wahnsinn. Alle Dinge sind Lektionen, von denen Gott will, dass ich sie lerne. Das heißt, alle Dinge sind Einladungen, mich für den Himmel zu entscheiden. Nichts weiter. Nicht überlegen, ob ich nach links oder rechts muss, sondern ich entscheide mich immer für den Himmel und dann gehe ich nach links oder rechts, weil ich weiß, in dieser Illusion kann ich keinen Fehler machen. Du kannst keinen Fehler machen. Du befindest dich innerhalb deines Drehbuches. Und wenn du nach links gehst, steht es in deinem Drehbuch. Aber wie, mit welchem Geiste du nach links gehst, das ist das alles Entscheidende. Gehst du aufgerichtet, vertikal aufgerichtet, mit der Liebe dorthin oder ängstlich? Nach links wirst du sowieso gehen. Verstehst du? Und das ist so hilfreich. Das hat mich aus meinen Ängsten befreit. Aus meinen Konflikten. Schau mal, wir sind gerade auf der Insel Corfu. Ich habe da ein Seminar gegeben. Wir sind noch ein paar Tage geblieben, um jetzt diese Zeit hier zu genießen auch und ein paar Dinge zu tun, die ganz wichtig sind. Und ich bin gestern mit dem Frank mit dem Moped gefahren. Und wir sind wirklich sehr langsam gefahren. Und plötzlich in einer Kurve, vielleicht mit 5 kmh, flutscht das Moped weg. Also wie auf einer Seifen. Also die Straße war so glatt wie eine Seifenlage. Flutscht das Moped weg. Wir beide landen auf der Straße und haben uns auf der rechten Seite ein paar Schürfungen geholt und waren völlig erstaunt, wie das passieren konnte. Und der Frank musste noch genäht werden. Und so laufen wir hier herum. Rechte Seite lädiert. Und wir waren total geschockt, wie das passieren konnte. Die Dame im Café, die kam schon mit Wasser raus, hat uns gezeigt, wo die Toilette ist. Und sie hat gesagt, an dieser Kurve passiert es öfters. Wir waren völlig geschockt. Aber im gleichen Augenblick haben wir die Wahrheit eingeladen. Und wir haben nicht mehr daran gezweifelt, ob dies jetzt richtig war oder falsch war. Das Ego hat uns wieder so viele Möglichkeiten gegeben, sich zu fragen, oh, was will uns das sagen? Dann könnten wir unser spirituelle Diagnosekonzept einschalten und uns überlegen, was uns dieser Unfall sagen soll. Und dann hätten wir tausend Ideen natürlich. Wir sind ja geschult in spirituellen Konzepten. Und könnten anderen dann noch erklären, schau mal, was ich alles weiß. Hier hätten wir acht. Wir müssen jetzt achtsam sein im Leben. Hier wurde uns etwas gezeigt. Oder ich gehe einfach hin und sage, hey, das steht im Drehbuch. Oder wir hätten hingehen können und uns überlegen können, wie wir das hätten vermeiden können. Und auch da hätten wir wieder x Wahlmöglichkeiten gehabt. Und so weiter. Oder wer ist schuld? Wie hätten wir das vermeiden können? Wer ist schuld an dem Ganzen? Und so weiter. Ist die Straße schuld? Bin ich schuld, weil ich es nicht drauf habe, Moped zu fahren? Ist der Frank schuld, weil der zu, weil der hinten gewackelt hat im entscheidenden Augenblick? Und so weiter. Und wir hätten den ganzen Tag noch damit verbringen können und uns irgendwas ausdenken können. Weißt du, weißt du, was wir gemacht haben? Es ist nichts passiert. Es ist einfach nichts passiert. Und in dieser Haltung haben wir all das eingeleitet, was einzuleiten war. Wir sind dann abends, hat uns eine Freundin, hat uns dann noch zum Arzt gefahren und so wurden wir genäht, gefliegt, zusammengeschustert und wir waren lächelnd da. Es ist nichts passiert und wir haben uns für den Himmel entschieden. Für Gott. Das steht im Drehbuch. Und das, was im Drehbuch steht, ist einfach nur das, was wir jetzt zu vergeben haben. Und das, und dann konnten wir lachen darüber. Wir konnten wirklich uns amüsieren und haben noch einen lustigen Abend miteinander gebracht, verbracht. Silke hat uns noch schön zusammen gepflegt und so gingen wir des Weges. Es ist nichts passiert. Und das ist die Entscheidung für den Himmel. Das ist die Entscheidung für das Glück. Und das Ego, wie schon erwähnt, hat x-erlei Möglichkeiten und du kennst sie alle sehr genau. Es gibt keine Schuld. Es gibt nichts, was wir hätten verhindern können. Es gibt nichts, was hätte einfach anders sein sollen, sondern hier wurde uns etwas gereicht, das wir vergeben können. Angekommen. Und deshalb setze du dich nicht hin und diagnostiziere irgendetwas. Setze du dich nicht hin und versuche, noch irgendetwas anders zu haben, sondern entscheide dich in jeder Situation für den Himmel. Und du weißt, dass das Ego dir tausende von Wahlmöglichkeiten anbietet. Entscheide dich immer für den Himmel. Und das ist diese befreiende Lektion, die dich wirklich sehr schnell in einen glücklichen Traum führt. In eine Befreiung führt, die jenseits deines begrenzten Geistes ist. Die jenseits deiner Konzepte, deiner spirituellen Überzeugungen oder deiner Wahlmöglichkeiten ist. Es ist wirklich nur das eine. Ich entscheide mich immer für den Himmel. Und wie ich eingangs erwähnt habe, auch die Entscheidung, wenn ich Glück erfahren will, ist das eine Entscheidung. Aber eine Entscheidung, die nicht mit Glück und Unglück zusammenhängt, sondern wirklich hinzugehen und einfach mal dich hinzusetzen und dir zu sagen, es ist nie passiert. Und wenn du mit irgendwelchen vergangenen Ideen aus deiner Kindheit in Kontakt kommst, kannst du ja auch ab heute eine andere Geschichte dir erzählen. Und wir brauchen tatsächlich eine andere Version. Es ist nie passiert. Und dieses, es ist nie passiert. Ich entscheide mich für den Himmel. Die hebt all das auf, was wir gemacht haben und was wir noch machen werden. Wir entscheiden uns für eine glückliche Zukunft. Und dann schaust du voller Vertrauen in dein Dasein hinein. Du schaust voller Zuversicht und du lachst über alles, was dir begegnet. Du bist wirklich ein glücklicher Schüler der Liebe. Und der Heilige Geist braucht glückliche Schüler. Das kann nicht genügend oft erwähnt werden. Der Heilige Geist kann mit dir nichts anfangen, wenn du deine Konzepte hineinbringst. Wenn du deine Ideen hineinbringst. Wenn du deine Überzeugungen hier immer wieder wahr machst. Und auch die Silke, die früher ängstlichen Geistes war und auf diese Dinge wie Unfall und so weiter immer sehr ängstlich reagiert hat, hat einfach, sie hat sich auch mit uns für den Himmel entschieden. Und so konnten wir gemeinsam durch die Situation heilen. Und wir heilen immer zusammen oder gar nicht. Und so können wir wirklich lernen in jeder Situation, in der wir uns befinden. Das ist die Einladung an dich. Und sie ist so großartig, dass ich es nicht genügend wiederholen kann und es dir in das Herz übertragen möchte. Sodass dein Herz es annimmt. Und nicht überlegst, sondern sagst, jawohl, jetzt möchte ich diese Lektion leben. Nicht theoretisieren, sondern wirklich leben. Bei jedem Schritt, den du machst, entscheidest du dich für den Himmel. Bei allem, was du zu tun hast heute, sei es Kindererziehung, sei es in deiner Firma irgendwelche Entscheidungen zu treffen, sei es, wenn du heute im Bus sitzt, zur Arbeit oder im Auto, egal was du tust, du entscheidest dich nur noch für den Himmel. Der Himmel ist die Entscheidung, die ich heute treffen will und die ich in diesem Augenblick treffe. Die Befreiung, der Lohn ist unermesslich. Denn in dieser wahnsinnig komplizierten Welt scheint der Himmel die Form einer Wahlmöglichkeit anzunehmen, anstatt einfach zu sein, was er ist. Von allen Entscheidungen, die du zu treffen versucht hast, ist die einfachste, endgültigste und der Prototyp für alle übrigen, die eine, die sämtliche Entscheidungen festlegt. Wenn du die übrigen entscheiden könntest, bleibt diese eine dennoch ungelöst. Doch wenn du diese eine löst, dann sind die anderen mit ihr gelöst. Denn sämtliche Entscheidungen verbergen, indem sie ihre Formen annehmen, nur diese eine. Hier ist die letzte und einzige Wahl, in der die Wahrheit akzeptiert oder verleugnet wird. Hier beginnen wir. Hier beginnen wir, Ja zu sagen zum Leben. Den Konflikt aufzulösen. Was bedeutet es denn, den Konflikt aufzulösen? Es bedeutet, dass wir Ja zu Gott sagen. Aber den Konflikt weiter herumzudrehen, in unserem Gedankensystem, das so angelegt ist wie in einem Guss, das bedeutet doch, dass wir in diesem Gedankensystem Ego weiter stecken bleiben wollen und uns die Kitten der Erde umbinden an unsere Füße. Wir können nicht wegkommen. Wir können uns aber entscheiden, Heiliger Geist, Befreie du mich von allen energetischen Phänomenen, die mich an diese Erde binden. Das ist die Entscheidung für den Himmel. Und dann bin ich nicht mehr an diese energetischen Phänomene, die ich gemacht habe, gebunden. Ich entscheide mich für den Himmel. Und der Heilige Geist nimmt diese Einladung sehr, sehr gerne an. Oh, da ist jemand, der sich für die Wahrheit, für die Erlösung entscheidet, indem er darum bittet, Befreie du mich von allen energetischen Phänomenen, an die ich mich gebunden habe. Ich möchte mich nicht mehr in der Welt der Dualität bewegen. Ich möchte aufsteigen in den Himmel. Ja, genau du. Und hier frage ich dich, möchtest du aufsteigen in den Himmel? In deinem Herzen höre ich ein Ja. Lass dem Verstand außen vor. Folge deinem Herzen. Folge. Und wenn du es nur ganz sanft gehört hast. Und wenn du, und wenn auch nicht die zweifelnde Stimme sich gezeigt hat, das spielt keine Rolle. Folge diesem vielleicht noch etwas zögerlichen Ja. Ja. Ich möchte wirklich aufsteigen in den Himmel. Und diese kleine Bereitschaft, die ist, die ist, die braucht der Heilige Geist. Genau diese. Öffne dich in diese kleine Bereitschaft. Pflege die kleine Bereitschaft, indem du heute die Lektion praktizierst. Du musst nur die kleine Bereitschaft pflegen. Gib dieser kleinen Bereitschaft genügend Licht. Gib dieser Bereitschaft genügend Wasser und Sauerstoff, sodass sie atmen kann, sodass sie sich in deinem Herzen entfalten kann, sodass sie in dir erblühen kann, die kleine Bereitschaft. Und lass alle zögerlichen Gedanken los. Du brauchst sie nicht mehr. Die Entscheidung für den Himmel heißt, du gibst dem Heiligen Geist die Erlaubnis, die mit dir aufzusteigen. Und er wird dich führen, denn den Aufstieg kannst du nicht machen. Du selbst nicht. Das würde wieder bedeuten, dass du tausende von spirituellen Konzepten oder Ideen benötigst, um wieder nichts hinzukriegen, wieder nichts zu erreichen, dich wieder im Kreis zu drehen. Frage dich doch mal selbst. Was haben dir all die spirituellen Überzeugungen, Erfahrungen und Konzepte bisher gebracht? All die neuen Bücher, all die neuen Seminare oder was auch immer, was hat es dir wirklich gebracht? Gut, vielleicht wirst du sagen, sie haben dich hierher geführt. Aber jetzt bleibe da nicht stehen, sondern gehe jetzt weiter. Gehe wirklich weiter. Und lass dich hierhin auf eine Art und Weise all deiner Ängste, all deiner Sorgen entheben. Lass all deinen Schmerz hinter dir. Lass all deine Krankheit hinter dir. Wir treffen die Wahl für den Himmel, wenn wir erwachen und verbringen fünf Minuten damit, uns zu vergewissern, dass wir eine Entscheidung getroffen haben, die vernünftig ist. Treff heute diese Entscheidung, die einzigste Entscheidung, die wirklich Sinn macht. Der Himmel ist die Entscheidung, die ich jetzt, heute und alle Zeit treffen möchte. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch-Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser Dein Gottfried Sumser